Wir wollen direkt wieder das Stadion, wir brauchen die Unterstützung der Fans. Wir wollen da einfach wirklich unbedingt gut reinkommen. Wir wissen, dass der Klassener nicht in dem Spiel gegen Hertha entschädigt, nicht in dem Jungen eben schlecht. Trotzdem muss unser Maxim sein, jedes Bundesligaspiel voll zu spielen, als das ganz Besonderes anzusehen. Das ist es natürlich am Samstag auch. Wir wollen unbedingt gut reinkommen. Weil der jetzt auch drastisch formuliert, wir gewinnen Stuttgart, da geht es nach oben, wenn nicht, da geht es nach unten. Wir werden schätzen die Bedeutung dieses Spiels sehr gut. Hertha ist eine Mannschaft, die hier sehr gefährlich ist mit offensiven Standards zu lösen. Statt als sie zuerst das Verhindern oder zweifest Top verteidigen. Da sind sie, haben sie Bisswerte der Liga. Sie sind ziemlich klein im Anläufe, im Gegenpressing, aber auch total pragmatisch, wenn sie nicht funktioniert. Da haben sie kein Problem damit, tiefer zu stehen und seine Auszuhalten, dass der Gegner dabei hat, aus tieferen Positionen zu verteidigen. Und dann nach vorne natürlich schon mit hoher vieler Qualität. Und ganz viel Kleinstleuzigkeit, der Abgezocktheit, sehr effektiv nach vorne, und deswegen ein guter Gegner. Wir wollen einfach sofort ein sehr gutes Spiel machen wollen.